Hi Leute, ich bin's wieder. Heute habe ich mal Lust, was mit euch zu backen. Es wird jetzt nichts Großartiges sein. Ich habe mir für den Anfang erstmal Brownies ausgesucht. Ja, weil ich dachte halt, das ist was für jeden. Und da gibt es ja auch viele unterschiedliche Varianten. Da wollte ich euch einfach zeigen, wie ich das immer so mache und womit ich das so mache. Ja, dann würde ich sagen, schnappt euch mal einen Zettel. Dann könnt ihr alles aufschreiben, was wir so brauchen. Und zwar braucht ihr für ca. 6 bis 8 Stück, je nachdem wie groß ihr die halt schneidet. Die Backform, die ich jetzt verwendet habe, ist so 30 x 30 cm. Für diese Größe braucht ihr 150 g zimmerwarme Butter, 200 g Zucker, 50 g Zartbitterschokolade, dann gehackte Nüsse. Da könnt ihr die Anzahl selber entscheiden. 75 g Backkakao. Alternativ könntet ihr da auch normalen Kakaopulver nehmen, weil, ja, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Einen Teelöffel Vanillezucker. Zwei Eier in der Größe M. Falls ihr jetzt irgendwie L da habt, mit ihr vielleicht nur eins oder so. Ist aber an sich auch nicht schlimm, wenn das ein bisschen mehr oder weniger ist. Dann braucht ihr noch 60 g Mehl und einen Teelöffel Backkakao. Und eine Backform natürlich, was ihr jetzt so da habt oder welche Größe ihr machen wollt. Wie gesagt, meine ist ca. 30 x 30 cm. Und ich habe so ungefähr sechs große Stücke rausbekommen. Wenn ihr kleine machen wollt, dann habt ihr ja viel mehr. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal an. Als allererstes gebt ihr die 150 g Butter in den Behälter oder die Schüssel, was ihr gerade verwendet. Danach kommen die 200 g Zucker auch hinein. Als nächstes dann die 75 g Backkakao. Darauf folgt dann ein Teelöffel Vanillezucker. Danach die 50 g Zartbitterschokolade. Ich habe sie jetzt vorher in der Mikrowelle schon einmal schmelzen lassen, damit sie besser da reinpasst. Dann die gehackten Nüsse. Ich habe jetzt hier drei Esslöffel genommen. Als nächstes wird das Ganze erst einmal gut durchgerührt. Ich mache das hier jetzt mit der Küchenmaschine. Das könnt ihr natürlich auch mit einem ganz normalen Mixer machen oder mit der Hand. Ich finde das mit der Küchenmaschine aber einfacher. Wenn das alles gut durch ist, kommen die 60 g Mehl dazu. Die zwei Eier in der große M. und ganz zum Schluss dann noch einen Teelöffel Backpulver. Das Ganze wird jetzt auch einmal wieder umgerührt. Sobald ihr das schön cremig gerührt habt oder eure Maschine, womit ihr es jetzt macht, gebt ihr das Ganze in die Backform, die ihr dafür verwenden möchtet. Ich habe jetzt vorher noch einmal Backpapier reingelegt, weil es dann einfach viel einfach raus geht und man auch nicht so viel zum sauber machen hat. Das Ganze schiebt ihr dann in den Backofen bei 180 Grad für 20 Minuten. Und danach sollten sie schon fertig sein. So, und das war es dann jetzt auch. Ja, wie ihr gesehen habt, ist bei mir jetzt die Form nicht so groß gewesen. Reicht aber je nachdem, für was man sie verwenden will. Ja, ich habe wie schon gesagt vorher auch Eis gemacht und habe das dann mit Eis serviert. Das kann man ganz viel mit unterschiedlichen Varianten machen. Ihr könnt verschiedene Nussarten wählen. Wir haben hier jetzt Haselnüsse genommen. Ihr könnt aber ja, wie gesagt, auch Mandeln nehmen oder Walnüsse. Keine Ahnung, was ihr so wollt. Die Zuckerstreusel, die ich noch reingemacht habe, die müssen jetzt auch nicht unbedingt drin sein. Oder könnte man auch noch was anderes nehmen. Manche machen es auch nur mit Schokoladenstückchen oder es gibt zum Beispiel auch Blaulüsse mit Karamellstückchen. Und das könnt ihr alles ja selber variieren. Aber grundsätzlich der Teig ist ja immer derselbe, was man dann noch dazu macht. Das ist ja jedem selbst überlassen. Und das war es dann eigentlich für heute schon. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben und nicht vergessen zu abonnieren. Und ich hoffe, ich kann noch viele weitere Videos mit euch teilen, die euch auch gefallen. Ich weiß, die Brownie sieht ja nichts weltbewegendes, aber es reicht erstmal, um zu zeigen, wie ich so arbeite. Wie ihr ja gesehen habt, arbeite ich mit meiner Küchenmaschine, die sehr hilfreich ist, finde ich. Das könnt ihr aber ja auch mit einem normalen Mixer machen oder auch mit der Hand, wie ihr das alles so wollt. Da gibt es ja immer Möglichkeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.